Hier mit dem Lastwechsel hat sich der Traktor begraben, 78 Meter, 48 Meter, also da liegt noch etwas drin im zweiten Durchgang. Ja, ich denke, dass wir durchgehen, dass wir durchgehen, dass wir durchgehen. Wir kombinieren mit Aura. Oh, äther gesehen, Sie belasten vor allem die Hingernacht von den Traktoren. 5-10 mit einem Vollkoller, den Vollkoller zu haben für Adrian Messer aus Zaukari, mit seinem Junkie in 44. Jetzt unterweist Nummer 6, die Batschi Tomas aus Thunstecken. Mehrfach Fitnessfavorit 920. In Zimmerwalt, Batschi Tomas. Und er ist momentan noch ohne Allrad unterwegs und schaltet ihn zu spät ein. Der Traktor ist stillgestanden und musste den Zug anbrechen. 85 Meter und 8 Zentimeter für Niklaus Tomas. Einerseits ist es für leichtere Traktoren natürlich eine sehr Pracht. Und dann geht es dann hin oder nicht, wir dürfen gespannt sein. 9,8 Meter Zeit, ohne Probleme, überwunden. 9,8 Meter. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Ein Vollkoller für den Messer Adrian. Er ist jetzt im Bereich, wo wir ihn die meisten eingraben haben. Und auch bei ihm sieht es nicht gut aus. Bei 86 Meter. Bleibst du da hier. Rote Flagge kommt 86 Meter. Und 34 Zentimeter hier für Janik Malmer aus Kerzers. Heute sind wir auch für einen Kippsbeug. 80 Meter 34, also für den Malmer Janik. Ohne Schluck zieht er hier vorwärts. Nach wie vor haben wir den LLG-Finalisten momentan. Der Messer Adrian mit dem inzigen Kumpel. Aber so wie hier der Zugachdarmt unterwegs ist, sieht das gar nicht lehnt aus. 90 Meter sind es geschafft. Der Motor muss werfen. Wenn ihr gehört. Vor der Achterstrecke. Also fest belastet. 97 Meter sind es geschafft. Es geht weiter. 98, 99. Tor! Mit dem 1000er Biatt. Der Traktor. Schätzungsweise 4,5 Tonnen schwer. Und 3,5 Tonnen aufgeladen. Ehhh! Hier nicht ganz die beichgrossen Rad drauf. Stehenbumpen, die hinteren Rad. Walken praktisch nüt. Einen Traktor mit einem 4 Zylindermotor. Wenn man nicht alles täuscht. Also es ist wenig für ihn wie ganz nach vorne zu fahren. Aber auch ihm. Merci vielmal, dass es heute am Abend hier auf die Zimmeralbisch hoch startet. In dieser 8 Tonnen Klasse. Ja, er hat noch genug Gewicht auf der Vorderachse. Und... Richterbezug hier bei 68 Meter. 78 Meter, 73 Meter ab. Aber jetzt ist es eigentlich auch noch ruhig zu sein. Aber die anderen gehen dann einfach durch. Jetzt können wir durchgehen. here ist ja, dass wir da sind nicht wieder gut. Und wir können hier mal durchgehen. Ich muss jetzt passeln. Und ich muss jetzt auf das mal raus. Ja, ich muss ziemlich schnell gehen. Dihause, wenn ich mal rauspflate hier? 91,21 Meter, die er gezogen hat. Also vor Gewichtsballastierung, wenn man mit Allrad fährt, hat man hier ein wenig weniger Sorgen. Dafür ist das, was ins Licht anfängt. Es kann natürlich sein, dass der Traktor in ein Swimpeichen kommt, was auf Zugkraft eher einen negativen Einfluss hat. Im schlimmsten Fall, das haben wir vorher auch gesehen, das haben wir vorher auch gesehen beim Loop. Er kennt den Weg nach ganz vorne, schon manchmal sind wir auch gesehen, sehr erfolgreich. Was hast du, die falsche Gruppe? Jetzt muss er schalten. Also kann man noch einmal aufmachen, Reizanlage, komm wieder. Sie hat jetzt gegen die 90 Meter Grenze zu. Sie ist hier von mir aus gewesen, noch gut unterwegs. Ja, jetzt. 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 Jetztінent. Jetzt. Jetzt unten. Jetzt stehen wir noch chroni 되는데 86 Meter. Jetzt. Und jetzt. 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 Jetzt hast dueyes? Nein, nein, nein! Jetzt bookstamos. Und wir hoffen, dass ihm hier eine Verbesserung gelingt. Ich will die Grünen auf den Felderzentrat kommen, von Haftwattern und Chaminn. Kein CV in 170. Auch in einer grossen Berechnung, die unterwegs ist, aber bei 90 Meter muss es vorführen. Der Bremswagen hat auch das Duell für sich entschieden. Mit dem, wo er war, aber für die Vermögel hätte es nicht für einen optimalen Zug. Wenn er jetzt die Periola rausnimmt, geht es dann noch mal in den Tomahawk. In der Mitte 80 Meter hat sie viel weiter. Hier oben ist ein Röderzentrum, mit 35 Meter. Und wir sind hier ganz vorne im Feld. Und wir brauchen die noch 5 Meter entfernt, wo wir in den Fakern haben wollen. Wie das mit den Allradfahrzeugen zum Teil der Fall ist. Rote Fakern kommt. Wir haben von hier, dass es kein Gewicht abgeht ist. Bei 95 Meter in der Nacht, bis er über die Bestellung. Sehr schöner Zug. Und hier oben ist ein Röderzentrum. Und hier oben ist ein Röderzentrum. Und hier oben ist ein Röderzentrum. Hie? Wie schreckend. Als nächstes kommt ein Traktor mit Nummer 3 Rad. Aber optimal ausbalancieren, optimal bereiten. Aber irgendwann ist es fertig, wir sind zurückgeschaltet, offenbar. Hast du passen? Und dann haben wir die ideale Zugkraft. Der Motorradrichter und der Fahrer, Roger Zimmermann, aus Filters mit seinem Mighty Mole, Minneapolis Moline. Und das ein Traktor, der ohne Allrad hier unterwegs ist, mit einem Pneu, das man eigentlich nicht als standardmässigen Puller bereift wie deklarieren kann. Er hat aber eine draus gemacht, hat die ja noch gefüllt mit Wasser. Und in den vergangenen Jahren und in den vergangenen Pullings Genglöpfe vorne dabei gewesen. Letztes Jahr sogar die Schweidermeisterschaft vorne war dabei. Und hier in Zimmerwald ganz klar bei den Punkten gewinnen wir dabei, wenn das so weitergeht. Wir sind auf dem Lastwagen gestanden und jetzt bereit sind. Also wir haben fünf Fahrer, die nicht am Start erschienen sind, hier in einer Acht-Tonnen-Kategorie. Und jetzt hier in den Zug schon fertig von Simon Flüben. Wir haben hier einen Versuch gestanden, dass sie den Rollrad nicht zugeschaltet haben. Jetzt hat man gesehen, dass der schon mal 30, etwa 10,5 Monate zieht. Und das sieht noch viel besser aus, als die Wette zu versuchen. Der Motor hat schnell durchgemutet vom Schlumpfwehren. Wunderschön Zweck gemacht für MB Truck. 1,800. Jetzt hat er die Richtung der Lehre gezogen für den 2.000 Tag. Vielleicht war ich mit einem kleineren Gang unterwegs. Und dann hat es noch ein bisschen weiter in den Hingern gelenk. Und weiter in den Hingern fahren. Das wird jetzt auch der Rahel Zuliger aus Oberschneckenholz. Und die Verbesserung ist da, einmal. Und die Verbesserung ist da, einmal. Und somit ist auch ein Däherz mit dem Kontrollstand. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend, in der Rauf auf der Bahn. Probiert noch die letzten Zentimeter mit dem Rankel auszumachen, aber lasst jetzt das Feuer hier auf der Lenkssäule, gell? Bis es aber nicht mehr weitergehen soll. 92 Meter Fritze. Ich weiß nicht, ob er etwas verändert hat, ob er es in die Lunge her. Er hat mit seinem Traktor zuerst einen Versuch gestartet ohne Allrad, dann zugeschaltet. Der Druck, den das gemacht hat, ist natürlich behachtlich. Er planet natürlich auch mit diesem Allradachs zu ziehen, mit dem Frontgewicht vortragen. Und jetzt unsere Versuche hier auf der rechten Bahn, die Seite, probieren. In 99 Meter hat er den ersten Durchgang. Und das schafft er spielend. Also offenbar hat es hier ein bisschen länger. Legt das bis ganz vorne. Und das wird ganz knapp. Er hat zurückgeschaltet vom Glas gespielt. Dass er nicht kommt wird, er bekommt vollgesachen. Das kann man, glaube ich, ohne weiteres Unterfahren ist, zu können abrufen. Es sieht noch hier ganz schön. Der Ubert-Gütz-Präger-Marke jetzt mit dem Allrad, der Kratzechi, aber klare Verbesserung. Ganz schöner Zug hier im zweiten Durchgang von Thomas Niklos. Natürlich wohl, auch so. Wie lange die rechten Seite hier Vortilhack ist. Die Stollen, welche sich tief im Boden eingraben. Das ist für mich, dass die Stollen der Kratzechi. Die Stollen, welche sich tief in den Boden eingraben. Auf einer Hertha-Bahn ist der Achtung nicht ganz so schlimm wie auf einer Weichen, aber das Gewicht vom Bremswagen. Oft die Hingerachse, der Bremswagen hat mich irgendwie vertreten. Ein Hingerhänken, was aber hier nicht möglich ist bei diesem Traktor. Ich bin gespannt, ob er sich verbessern kann. Also 78,71 Meter bringt er mit unserem ersten Durchgang. Und da sind wir bereit zu überfahren. Ich hoffe, dass wir das noch in die Trochnung bringen. Anschliessend nach dem 2.0 Durchgang Kopien stechen. Das Mal sieht es nicht aus, als wären wir über 90 Meter. Also bei dem Prinzip bei diesen 91,21 Meter, denn jetzt im zweiten Durchgang gibt es noch mal 88,90 Meter. Das ist schon eine Schere. Bremschen bringt mich hier eine Reihe, mit dem entendieren. S Der Winter ist auch nicht bereit. Sie sind in den poorly adaptiert. Die Wirkung muss das auch nicht bevorstehen. Das bleibt wahrscheinlich für die Schleifik. Jawohl es bleibt mir die Schleifik, bei dem erst durchgehen. Vielen Dank. Und mittlerweile ist das schon ein wenig kult geworden, also die Versi, die hier die Finesse setzen. 96 Meter Bindze im ersten Durchgang, also es hätte noch etwas gefehlt. Jetzt müssen wir es wissen. Er schafft die 96 Meter und geht an den Vollpoll! Jawoll! Vollpoll Hans im Vollpoll! Hier ein Vollpoll zu ziehen. Also, saubere Bündze, die hier die Wanderarbeit leisten mit der Wanderarbeit. Jetzt geht es aber spitz, es sieht nicht aus als Länge, aber deutlich weiter als im ersten Durchgang. Hier haben wir einen ganz schönen Zug, 95,25 Meter. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist einer der sechs Fahrer hier in der Welt, die die Schweizer Meisterschaft fährt. Und hier die erste Messlatte sitzt, in diesem Stechen von 8 Tonnen Kategorie mit 73,67 Meter. Das ist also die erste Messlatte. Und dann, das hohe Ordnung, anfällt wie der Schangelbremse. Trotzdem aber, Reihen 73,67 Meter. Das ist doch gar halt der Traktor, der noch ein bisschen müde ist. Im Gegenteil, die Fahrung macht ihn stärker hier. Vorderachs ganz leicht über dem Boden am Tänzchen. Das heisst, alles Gewicht von diesen 8 Tonnen ist auf der Hingerachs zusätzlich. Durch die ansteigende Kündigung von der Bremsung auf die Hingerachs. Noch einmal ist wahrscheinlich rund 4 Tonnen mehr auf der Hingerachs. Also die Belastung momentan gegen Aachen von der Hingerachs ungefähr auf 12 Tonnen. Das ist eine große Schätze, kann natürlich auch höher sein. Zusätzlich kommt der Zug gegen Führer, also die 800 Meter werden auf die Schärfe vertestet wie. Jetzt auch, wenn wir zusammen mit Fisbergen angekündigen, können wir den ersten Teil noch mehr in dem Stehen. Alleine schon von dem Gewicht her, dürfte er hier aber noch eine Bremse haben, ziemlich weit durchziehen. Zwei, 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 drei! Auf der Rückfahrt nehmen wir noch die drei Sieger der 8 Tonnen Standardklasse. Mit einem Messer Adriano von einem John Deere. Richtig Vollkommen in den Weg sind jetzt eine Heidtür, liebe Leute, es geht noch einmal luchten. Die nächsten Tonnen Zogenwichter 1 auszahlt. 1 Liter Hubrauben schnell unterwegs, ca. 150 PS. Betriebe hier unter dem Sitz von Stefan Weyler. Starte ich selber bekommen. Kommt früher raus aus dem Brüschegger. Kommt, den wollen wir jetzt mal schauen, wie er sich einschlägt mit dem Bremshagen. Grün ist, Grün ist gelaufen hier vor der Remo Ellemarger aus Rotenhof. Jetzt im White Field Boss. Das ist auch in Unterwächs hier der Remo Ellemarger. Jetzt im White Field Boss. Er sieht die Beugler, die Boss of Feltie. White Field Boss. Vorpiste Wegfahrt, Henk Thiebaud. Das ist's unglaublich. Das ist ein Problem hier. agora portfolio werden wir jetzt. Fögel war das Gasporen. Das ist ein Foto für ein Gasbohrer. Für ein Rätojomwer! Das ist ein Problem. ...und dann, da kommen die Städte nach. Joachim geht's ab! Und ihr seht, wenn ihr die Steine unter der Bremse steht, haben wir eine Flügelpunkte. Merci an dir, Sam Burgisberg. Noch ein Applaus für dich und alle Fahrer hier und am Abend. Wir haben Glück gehabt. Wir haben geschwältig mit dem Peter. Wir wollen das jetzt gut machen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir hier die 8-Tonnen-Kasse und die Spezialzüge noch ganz trocken durchbringen können. Und wir sind auch der Helfer, der jetzt hier im Bahn decken, sodass morgen alles fertig ist. Wie gesagt, ihr müsst hier nicht nach Hause. Die Obscubricum geht doch noch in die Bar, in die Festwirtschaft. Wir wollen den F1 ziehen. Am Neu-Tag, Tschau-Di und gehen sie auf der Bahn weiter. Vor einem Nachmittag, am 1, gehen sie los mit der 3-Toten-Standard-Kategorie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben deine F1. Wir werden alles gut machen. Wir waren auch so. Wir wollen alle F1. Wir wollen die F1. Wir wollen die F1. Wir werden nur auf deinem Baron haben. Das ist unsere Freude. Wir wollen die F1. Wir wollen die F1. Wir wollen die F1. Wir wollen die F1. Als Nächstes kommt ein Traktor mit nur Tierrad. Ich würde sie ziehen und vor allem weiter als im ersten Durchgang. Ich würde sie ziehen und vor allem weiter als im ersten Durchgang.